Innovationen kaum zu übertreffen. Mit einer Maximalleistung von 145 bis 240 PS ist der Fendt 700 Vario extrem vierseitig. Vom schweren Ackereinsatz bis zum wendigen Frontladeeinsatz. Das unangefochtene Highlight die neue Fendt Visio Plus Kabine, mit der Fendt Sicht und Raumgefühl neu definiert. Mit der VarioTronic integriert Fendt modernste Technologien aus dem Großtraktorenbereich in die neue Baureihe 700 Vario. Ebenfalls mit an Bord die Fendt SCR Technologie. Damit wird jetzt auch der 700 Vario ein Vertreter der Fendt Efficient Technology. Die neue Fendt Visio Plus Kabine ist eine Klasse für sich. Hochwertig verarbeitet und ergonomisch perfekt designt. Und sie hat eine klare Botschaft. Es ist Zeit einzusteigen. Sichtbar mehr. Vor allem beim Frontladeeinsatz. Die ins Dach hinein gewölbte Frontscheibe ermöglicht endlich die ganze Sicht auf den ausgehobenen Frontlader. Und auf einmal wird der Arbeitsplatz zur Komfortzone. Mit einem einzigartigen Bedienkonzept. Der Fendt VarioTronic. Das heißt täglich bis zu 1920 Handgriffe weniger und mit VarioDoc die Dokumentation gleich auf dem Feld erledigt. Alles mit einem Terminal, alles intuitiv und effizient. Das Herz des neuen 700 Vario ist der neue Sechszylindermotor mit 6,06 Liter Hubraum und SCR Technologie. Die Verbindung aus modernster Motoren- und Getriebetechnologie überzeugt. Das Ergebnis aus höchster Effizienz und Dynamik. Mehr Leistung spüren. Im Einsatz ist der Fendt 700 Vario der perfekte Allrounder, um Flächen möglichst sorgfältig und effizient zu bearbeiten. Er bietet die idealen Automatikfunktionen, um präzise Spur an Spur zu arbeiten und damit Formen zu vollenden. Mit mehr als 22 Schnittstellen in Front und Heck und einer leistungsstarken Hydraulikanlage bietet der Fendt 700 Vario ein breites Einsatzspektrum für Anbaugeräte. Auf der Straße den Teil vonpodden. die die hat